Ja, mein Name ist Sabine, ich wohne in Mühlheim an der Ruhr, habe eine Tochter, die macht jetzt Abitur und ja, ich habe mir überlegt, dass es jetzt endlich Zeit für mich ist. Ich möchte was Neues ausprobieren. Ich habe mich angemeldet beim Kinder- und Jugendcoach bei der Ausbildung. Ich mache mit und ich bin begeistert. Ich finde das einfach nur toll. Der ist total empathisch, locker. Der bringt die Dinge unheimlich gut rüber, die ganzen Tools. Der kann super gut erklären, indem er auch mit Metaphern arbeitet. Der ist nicht so trocken wie manch anderer Coach, den man schon mal erlebt hat. Der ist kurzweilig, witzig und total kompetent. Die Stimmung ist sehr gut. Die Leute, die vertrauen sich untereinander. Man hat ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Ich fühle mich da total wohl und gut aufgehoben. Ich kannte die ganzen Methoden ja vorher noch gar nicht und war auch eher skeptisch. Ich habe gedacht, ob das alles so klappt. Und dann haben wir ja untereinander geübt und ich bin total begeistert. Also dieses Winken, diese Winkmethode zum Beispiel. Man winkt die Blockaden einfach nur weg und es hat funktioniert. Es ist phänomenal. Das ist phänomenal.